Musik Auf Qualitätsmerkmale, Sicherheit für Mentorinnen und Mentees. Eben Live-Quizzes, wo man sich selber Fragen überlegt, das ist natürlich auch möglich. Also das einfach schon mal als Hintergrundinfo für den heutigen Tag. Das Spiel, was wir spielen, heißt Ring auf den Tisch. Kennt das jemand? Sie sind begleitet und 1.500 Kinder erreicht. Das ist ja so ein bisschen die Größenordnung. Die Start-with-a-Friend haben ja generell eine relativ digitale Struktur. Ja genau, da könnt ihr jetzt angehen. Wie lassen sich Mentoring-Projekte eigentlich auch gut umsetzen? Also das heißt auch die Suche. Mein Mann hat gesagt, du musst jetzt hier Kameramann machen. Der wusste nicht, wie es geschah. Musik Ich hoffe jetzt im Moment. Ich hoffe jetzt. Ich hoffe jetzt. Bis zum nächsten Mal.